Stunde der Drachen 3 Das Erbe der Zeit Geschrieben von Eva Oquette Gelesen von Felix Bormann Erstes Kapitel Callahan Castle, Highlands von Sirewan, im Scheiding, Anno 1587 Aufgebracht durchwanderte der Highlander mit großen Schritten die Halle und gestikulierte dabei wild mit den Armen. Ich verstehe euer Ansinn, Lady McCallahan, doch dieser Angriff war nur ein kurzes Aufgebären. Ihr habt nicht gesehen, was wir sahen. Phyta hat in östlichen Ländern ein Herr versammelt, das einesgleichen sucht. Nicht einmal die Streitmacht von Valkor könnte sich ihm entgegenstellen. Geldrish McElsley wandte sich zu ihr um. Schnee glitzerte immer noch in sein zerzausten, roten Haar. Er und die anderen hatten erst vor wenigen Minuten die Feste betreten. Die Clanherren und ihre Männer hatten sich in der Halle verteilt und wärmten sich am Kamin, während Edda ihre kleinen und größeren Blessuren versorgte. Lee musste McElsley in nachdenklichen Schweigen. Sein angegrauter Bart sah kaum weniger unfrisiert aus als sein Haupthaar. Man sah ihm und den anderen Highlandern die Aufregung der letzten Stunden immer noch an. Sie alle hatten sie auf den Weg nach Callahan Castle gemacht, in dem Bestreben, ihren Eid Roy's Clan gegenüber zu erneuern und einander die Treue zu schwören. Doch ehe ein wirkliches Gespräch mit dem McElsley hatte zustande kommen können, waren Phyta und der Dunkle via Naturgewalt über sie alle hereingebrochen und hatten mit ihrem Angriff auch die vier Clanherren dazu genötigt, sich in den Kampf einzubringen. Schulter an Schulter mit den Kriegern der McCallahans hatten sie sich den Söldnern entgegengestürzt und tapfer mit ihren Männern gekämpft. Doch nun, da Phyta geschlagen schien und der Dunkle sich den Drachen geholt hatte, war die Ernüchterung über sie gekommen und mit ihr die Angst zurückgekehrt. Lee konnte McElsley seine Worte nicht verdenken. Das, was ihnen heute auf dem Schlachtfeld begegnet war, war nichts als ein Trugbild gewesen. Ein Bruchteil dessen, was sie wirklich erwarten würde, wenn das Bündnis zwischen dem Herrn der Schatten und dem Großlot sich endgültig erfüllte. Serevan wird mehr und mehr von Dunkelheit überschattet, Milady. Wir haben dieses Schattenherr besiegt, doch die Armee des Dunklen wartet hinter den Grenzen zu eurem Land auf Phyta's Ruf. Der Blick des Heilanders wurde eindringlich. Es sind nicht nur menschliche Söldner, die ihnen folgen. Dessen bin ich mir wohl bewusst, erwiderte sie ruhig. Doch abzuworten und auszuhören, darauf zu hoffen, dass sich die Dinge von selbst regeln, wird uns nicht helfen. Wir müssten etwas unternehmen. Sie musterte einem Mann nach dem anderen. Wir müssten uns mit allen Clans vereinen und Phyta dort treffen, wo er am verwundbarsten ist. Sie haben diesen Drachen mitgenommen, warf Berikin ein. Der Clanherr, dessen Land direkt an Phyta's einzige Heimat im Süden grenzte, erhob sich mühsam von dem Stuhl, auf dem er gesessen hatte. Sein rechter Arm war bandagiert und Edda hatte ihn mit einer Schlinge um seinen Hals ruhig gestellt, um die wieder eingeringte Schulter zu schonen. Er war deutlich jünger als die drei anderen Clanherren, die die McCallions aufgesucht hatten, um den Eid zu erneuern. Sein Vater war vor einem Jahr an einem Fieber gestorben und seither führt er den Clan an. Er mochte vielleicht ein oder zwei Jahre älter als Lee sein. Ein junger Mann, der seiner Aufgabe nicht wirklich gewachsen zu sein schien und sie mit besorgten Blicken bedachte. Mein Onkel hat mir oft alte Geschichten erzählt. Der Drache wird Phyta eine Macht geben, die ihm nicht zusteht. Lee zuckte mit den Schultern. Phyta ist längst nicht mehr meine größte Sorge. Selbst wenn er seine Rache bekäme und sich endlich zurückzöge, würde er dunkle Dennoch danach streben, ganz Sirewan zu unterwerfen. Seit dem Tag, an dem Phyta in dieses Bündnis eingegangen ist, bringt er unsere ganze Welt in Gefahr. Sie hat recht. Eilig McShamus, der bislang schweigend mit gesenktem Kopf und einem Becher Mäh zwischen den Fingern auf der Bank vor dem Kamin gesessen hatte, stellte den Honigwein vor sich auf den Tisch. Er sah wüst aus, verheerender noch als McEarlsley, dem alle Haare zu Berge standen. Sein dunkler, grauen Liter Bart war ebenfalls erzaust, aber schlimmer war das Blut, das überall an ihm klebte. Auf dem blanken Schädel, im Gesicht, dem ganzen Körper. Aber es war nicht sein Blut. McShamus war unversehrt. Der Clanherr, dessen Gebiet von den Schattenbergen beherrscht wurde, war ein grausamer, blutrünstiger Kämpfer, und es war unübersehbar, wer in seinen Schlachten den Sieg davon trug. Wulf hatte erzählt, der Heiliner hätte mit seiner Axt wie ein Wahnsinger und den Söldern gefütet und alles niedergemetzelt, was sich ihm in den Weg gestellt hatte. Den Männern, die ihm zu nahe gekommen waren, hat er sogar den Hals gebissen. Lee liest ihn die Berichte kalt. Sie sah nur eines in ihm. Einen fähigen, effizienten Krieger, auf den sie unmöglich verzichten konnte. Sie verstand die Bedenken der Clanherren, aber sie war auf ihre Hilfe angewiesen und bereit zu tun, was getan werden musste, um sie an ihren eigenen Clan zu binden. Ein humorloses Lachen erklang. Mia ist gleichgültig, ob sie recht hat. Ich will wissen, was mit Master Reus geschehen ist und warum seine Gattin statt seiner mit uns spricht. Natera Fionbar wandte sich vom Kamin ab und sah zu ihr hinüber. Unmut blitzte in seinen dunklen Augen auf. Nichts für ungut, Milady. Ich erinnere mich an euren Brief und die salbungsvollen Worte, doch bin ich es nicht gewohnt, mit dem Weib eines Highlanders über Wohl und Wehe meines Clans zu verhandeln. Lee musterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle und verzog die Lippen zu einem sachten Lächeln. Bisher hatte Fionbar nur am Kamin gestanden und ins Feuer gestarrt. Sie hatte eigentlich schon bei den drei anderen Clanherren mit Widerstand ihr gegenüber gerechnet. Dies war immer noch das 16. Jahrhundert und für die meisten Männer war eine resolute, schwertschwingende Frau etwas völlig Neues. Natürlich wusste Lee um die Geschichten, die man sich über sie erzählte und sie wusste, dass auch die vier Männer, die sich hier versammelt hatten, von der Drachenkriegung gehört hatten. Doch sie alle hatten nur den Übergriff auf den weißen Drachen erlebt, den der Dunkle sich mitgenommen hatte. Für die meisten von ihnen war die Schlacht bereits jetzt geschlagen. Ich bedauere, Lord Fionbar. Mein Gemahl ist verhindert. Sie zögerte nur für eine Sekunde, ehe sie fortfuhr. Der Schatten hat sich seiner bemächtigt. Von nun an ist es meine Aufgabe, Verhandlungen zu führen und diesen Clan zu schützen. Ob es euch gefällt oder nicht, ihr werdet mit mir vorlieb nehmen müssen. McElsley, Fionbar und Kinnon warfen einander wirre Blicke zu. Nur der vierte Clanherr saß weiterhin auf seinem Platz und schlachte Lee aus schmalen Augen an. Was ist ein Schatten? Peuterte McElsley los. Shasher. Es war McShamus, der in ihrer Stadt antwortete. In drei Gesichtern zeichnete sich plötzlich deutliche Furcht ab, während sie Lee anglotzten. Kinnon war blass geworden unter seinem dunklen Haar. Ist das wahr? Wollte Fionbar wissen. Lee nickte. Ja, vermutlich hat er bereits im Kerker vom Verkaufbesitz von ihm ergriffen. Doch die Anwesenheit des Dunklen hat dem Schatten erst heute die Macht gegeben, die Seele meines Mannes einzuschließen und die Kontrolle über ihn zu benehmen. Dann sind wir verloren und dem Tode geweiht, flüsterte Kinnon. Die anderen Männer schwiegen betreten. Lediglich McShamus wich ihrem Blick nicht aus. Lee beitete die Hände zu Fäusten und schüttelte den Kopf, während sie Kinnon verheiratet musserte. Das ist alles, was euch einfällt, Clanherr? Sie schnaubte wütend. Wisst ihr, was ich von Feiglinge halte, die sich hinter Sagen und Mythen verstecken, um sich keinen echten Feig stellen zu müssen? Ich bin nicht feige, begehrte der junge Mann auf. Auch ich habe an der Seite eurer Krieger gekämpft. Lee trat vor ihnen. Das Kinn vorgeschoben, starrte sie ihm in die Augen. Dann sagt mir, wo der mutige Mann geblieben ist, der ihr wart, und der sich nun hinter der Fassade des eingeschüchterten Waschweibs verbirgt. Aufgebracht lief sie in der Mitte der Halle und sah sich um. Auch ein Teil ihrer eigenen Krieger hatten sich mittlerweile hier eingefunden, um ihre Wunden versorgen zu lassen. Unzählige Augenpaare hefteten sich auf sie, während Lee unruhig auf und abschritt. Schließlich blieb sie stehen, atemte tief durch und drehte sich zu den vier Clanherren um, die immer noch vor dem Kamin versammelt waren. Mit deutlich mehr Ruhe, als sie empfand, begegnete sie ihren prüfenden Blicken. »Ich habe Angst«, stellte sie laut fest. »Ich habe Angst davor, mich einem Feind zu stellen, der mir überlegen ist, und mich zermalmen kann, wenn es ihn beliebt. Ich habe Angst, meinen Gemahl an den Schatten zu verlieren, der in ihm inne wohnt, und ich habe Angst, meinen Clan nicht beschützen zu können.« Sie legte beide Hände auf ihren Bauch. »Ich habe Angst, dieses Kind zur Welt zu bringen, in dem Wissen, dass es in ein Leben voller Krieg, Entbehrungen und Leid hineingeboren wird. Ich kann ihm keine Zukunft bieten, die frei von Furcht und Schmerz sein wird.« Lee macht einen Schritt auf die Männer zu. »Aber bei all der Angst in mir habe ich auch Hoffnung. Hoffnung auf eine Schlacht, die die letzte sein wird, und auf einen Sieg, der uns allen endlich das gibt, was wir schon seit so vielen Jahren ersehen. Frieden und Freiheit.« Entschlossen schob sie das Kind vor. »Ich lasse nicht zu, dass diese Angst mich lähmt. Sie wird mir weder den Schneid abkaufen, noch wird sie mich aufgeben lassen. So sehr ich all diese Dinge fürchte, so sehr sind die anderen Dinge es wert, dass ich um sie kämpfe. Ich werde mich nicht mutlos in dieses Ungemacht fügen und kapitulieren. Ich kämpfe für meinen Clan, für mein Kind und für ganz Sirewan. Ich weiß, Reuss ist immer noch da, tief unter dem Verborgenen, was der Schatten aus ihm gemacht hat. Und ich werde mir meinen Mann zurückholen. Meine Klingel wird das letzte sein, das Schaschea in dieser Welt spüren wird.